Das Konzept der Generalprävention ist eine der perversen Auswirkungen rechtspositivistischer Gedankengänge, eine Verhöhnung des Rechtsgedankens, ein Verbrechen, das von den meisten unbemerkt bleibt und nicht als Problem wahrgenommen wird. Das war jetzt eine ziemlich wertende Einleitung zum Thema und in dem Video geht es darum, die Perversion dieses Konzepts aufzuzeigen. Erstmal für die, die mit der Materie nichts zu tun haben, eine kurze Erklärung. Generalprävention bezeichnet ein Konzept, das von psychopathischen Sadisten unter den Reihen der Rechtspositivisten erfunden wurde, um unschuldige Menschen unter dem Vorwand des Schutzes der Allgemeinheit und damit vermeintlich gerechtfertigt quälen zu können. Das Konzept verlangt, dass ein Mensch für Dinge, die mit ihm nichts zu tun haben, gequält werden soll. Etwa wenn jemand für irgendwas vor Gericht steht, bestraft wird und die Strafe dann erhöht wird aus Gründen der Generalprävention. Es handelt sich da um eine ganz einfache Sache. Jemand stellt etwas an, bekommt dafür eine Strafe. So jemand ist nur für diese eine Sache, die er angestellt hat, schuldig. In Bezug auf alle anderen Umstände ist er unschuldig. Daran kann es keinen Zweifel geben. Er ist nicht schuldig am Verhalten anderer Menschen und schon gar nicht ist er schuldig am möglichen Verhalten anderer Menschen in der Zukunft. Jemand, der ein Fahrrad geklaut hat, ist nur verantwortlich für seine Tat, für seinen Fahrradklau. Er ist nicht, aber auch gar nicht verantwortlich für irgendeinen anderen Fahrradklau. Und damit man mir jetzt hier nicht vorwirft, dass ich einen Stroman verwenden würde, das gerade Gesagte gilt erstmal grundsätzlich. Auch ich weiß, dass die Justiz hier nicht wirklich von einer Schuldfrage spricht, dass in Bezug auf Generalprävention Schuld oder Nichtschuld nicht das eigentliche Thema ist. Wer sich jetzt selber im Internet informiert, wird natürlich hochschlaue Erklärungen und Begründungen finden, dass das Vertrauen in die Rechtsordnung erhöht werden soll, dass die Menschen abgeschreckt werden sollen, Gesetze zu brechen und ähnlichen Müll. Und während man das so liest, wird man dann schön davon abgelenkt, dass zum Erreichen dieser Zwecke ein unschuldiger Mensch gequält werden soll. Vielleicht ist der Weg, den ich hier einschlage, um es irgendwie anschaulich zu machen, umständlich. Wenn jemand eine Quelle hat oder einen Text, mit dem die Problematik besser dargelegt wird, immer her damit. Das Perverse daran ist, dass ein Unschuldiger gequält werden soll, um andere Menschen einzuschüchtern und staatlich gewünschtes Verhalten zu erzwingen. Wir kennen doch alle den Sager von wegen, bestrafe einen, erziehe 100. Das machen nur Tyrannen? Weit gefehlt. Das macht der ganz normale Rechtsstaat. Er nennt das Generalprävention und schon ist der Rechtspositivist zufriedengestellt. So wie der Staat die Sklaverei einfach in Dienst oder Pflicht umbenennt, so hat er Einschüchterungsterror einfach in Generalprävention umbenannt und dann ist ja alles in Ordnung. Dieses Denken unserer Justiz wird früher oder später auch wieder zu staatlichen Massenmord führen. Wenn der Staat wieder mal Menschen als Untermenschen oder als Nichtmenschen definiert. Der Staat muss nur dem Ganzen einen anderen Namen geben und unsere Juristen sind zufrieden. Also, unschuldige Menschen zu quälen, um andere Menschen einzuschüchtern, ist nichts anderes als Terror. Ganz egal mit welcher Sophisterei die gekauften Intellektuellen des Staates, die Huren der Fürsten, Zitat Büchner, dieses Verbrechen rechtfertigen, es ist und bleibt Staatsterrorismus und nichts anderes. Wie kann es sein, dass eine so klare und einfache Sache, ein derart eindeutiges Unrecht nicht als solches erkannt wird? Verblendung, Gehirnwäsche oder schlicht und ergreifend Absicht? Da es kaum vorstellbar ist, dass so etwas ein Versehen ist, müssen wir wohl annehmen, dass die Juristen das mit vollem Bewusstsein also absichtlich umsetzen. Wenn sie das aber tun, ist das Ziel nicht die Wahrung von Recht und die Wahrung der Menschenwürde. Das Ziel ist etwas anderes. Untertanenverwaltung im besten Fall. Jedenfalls geht es hier um nichts, das auch nur annähernd mit Recht oder Menschlichkeit zu tun hat. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020